Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 9 meines Feet3s im Trident PPB Displays. Wollte ich schon Infinity sagen. Yeah! Und diesmal ist Derpy von der Partie. Will sogar mit aufnehmen. Derpy kann noch aufnehmen. Derpy kann noch aufnehmen. Lass dich drin und dann hast du jetzt noch mal eine Ansage gemacht. Lass dich einfach drin. Das ist mir egal. Du bist echt nett. Egal. Ja dann könnt ihr bei Derpy sehen wie ich das erste mal faile. Ja cool. Das ist alles ein Trick von mir. Ja um die Boss-Leute zu kriegen. Um die Views zu bekommen. Außen Aufrufe kriegen halb Cent. So wir haben schon mal eine schöne Power-Suit. Aber um jetzt weiter zu machen. Ich habe nämlich schon angefangen die Power-Suits da an Leute zu machen. Und ich habe eine Flachs-Russie für RSGE bin ich. Und du sitzt in dem Ding drin. Ja falls die angreifen. Die haben das geschrieben. Ich kann es doch in den Chat schreiben. Lege-Tobi hat geschrieben. Ja. Die in die Elm und will im Sehner wollen angreifen. Und ich habe halt hier äh also ich habe angefangen. Deswegen. Ich habe Angst. Ich glaube ich muss jetzt keine Angst mehr haben. Ja. Ich habe angefangen und leider fehlt uns jetzt Kupfer. Wir haben keinen Kupfer mehr. Also muss ich wahrscheinlich erstmal nur eine Farm gehen. Aber vorher wollte ich noch was anderes machen. Und zwar haben wir. Upsala. Haben wir einen Bucket Pink Slime. Also habe ich schon mal direkt hier einen Grinder hingestellt. Damit wir ab jetzt Mob-Essenz bekommen. Und ich nehme einen Bucket dort raus. Und den Rest würde ich gerne löschen. Denn wir brauchen ihn nicht mehr. Einen Bucket Pink Slime ist nämlich vollkommen genug. Warum brechen die Viecher immer aus? Kommt rein da rein 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 da. Ja so ist brav. Schön fein da wieder rein. Feier sie das Möhm und Spaß auf. Und den Miettank kann ich auch wegnehmen. Ah du bist auch wieder rein gefangen. Sehr schön. So muss das. Die Ressourcen kommen halt hier drei von den getöteten Viechern und die Mob-Essenz kommt halt dort rein. Ähm dann brauche ich jetzt nochmal einen Flachs. Geht sehr gut. Darf ich die töten? Kommt doch an wo sie ist. Hier. Wo ist hier? Eben bei den Maschinen. Ja darfst du. Hauen oder nicht hauen? Das ist die Frage. Hauen. In dem Fall. Ja hauen. So und der Pink Slime kann weg. Das überlebt alles gleich mit einem halben Herz. Und was wir jetzt brauchen oder was ich zumindest haben möchte ist 4 Inva. Dann machen wir uns nen Harden Portable Tank. Hardenet. Hardenet. Eigentlich brauchen wir das Miet überhaupt nicht. Weil wir haben genug Essen. Aber wir könnten uns tätisch gesehen einen Miet-Packager bauen. Und könnten dann Fleisch daraus machen. Aber das überlasse ich einem Zukunfts-SGE. Okay das interessiert mich momentan nicht. Dann den Pink Slime Bucket stellen wir erstmal hier rein. Denn wir haben nicht genug Enderpen für ein neues Safari Netz. Und das Safari Netz ist das was wir brauchen. Also naja. Dann mal hier wieder rein. Dem dahin. Das Ding leer machen und den einen abbauen. Und jetzt haben wir nämlich schon den ersten Bucket Mob Essenz. Ich mag es. Und dann bauen wir den Autosponer Raum. Und dann sieht das Ganze ganz gut aus. Und dann bekommen wir jetzt langsam aber sicher ein paar Tiere. Der Arm kam gerade rein. Soll ich dich jetzt bedauern? Ne ich muss jetzt neu auch nehmen. Warum neu? Einfach cutten dazwischen. Äh nicht neu. Eben halt weitermachen. Ja dann mach das. Wow alter. Mensch. Du erstreckst mich jedes Mal wenn du das tust so was von. Ich war das nicht. Na wer denn sonst. Ich war das wirklich nicht. Ich hab keine Waffe. Na geil. Werden wir jetzt also dir noch angegriffen. Oh mein Gott ich nehm schnell auf. Hi. Hi. Zürf mich jetzt mal du Wichser. Ahaha. Vollstreffer. Ahaha. Ich hab sie voll abgeschossen. Die denken wohl nicht dass ich schon ne Railgun hab. Hey. Kann ich rauskommen? Ja. Easy. Das war aber nicht wirklich schwer. GG. Geil. Geil der Scheiße. Der wurde von einem Gravity Creeper gesprengt ey. Die hat versucht uns zu töten. Wir wurden selbst getötet von einem Gravity Creeper. Ja. Aber sie hat ne Power Suit. Das ist auch immer schon mal was. Nur meine ist besser. Ich hab meine besser. Und ich darf nicht mehr so laut sein weil meine Eltern wollen jetzt schlafen. Alter was hat ihr da alles dabei? What the heck? Komm her du musst mir tragen helfen. Wo bist du? Du musst dich nicht mitnehmen. Störbt Zombie. Lass mich in Ruhe. Wo waren die denn? Die haben ne Minikan. Ich brauch ne Kiste für den Spawn. Ich brauch ne Kiste für den Spawn. Ja ich mach schon eine. Machst du eine Stell mal irgendwo. Bin Minikan? Mach einfach ein paar mehr Chests. Mach hin hä. Mach hin hä. Ja ich mach ja schon. Ich will nicht dass die Reites wiederbekommen. Jetzt sind es nicht die Ressourcen da drin. Was zum Beispiel Fische sind. Ich hab jetzt 8 Eisenkisten einfach mal. Die haben 26 Gunpowder mit. Geil. Die haben Gunpowder. Ja. Nice. Oh die haben Blade Lounge eingebaut. Was für eine Sinn aus dem Schwachsein. Gib her an die Kiste. Ich baue sie mir dorthin. Mach die einfach frei. Soll ich mitfahren? Ganz infuse. Alter die hab ich ja schon richtig overpowered. Das Equip. Ey. Ich geh jetzt nicht mehr. Ey equip schon. Ging da noch Sachen. Schnauze Skelett. Schnauze Skelett. Ging da noch Sachen. Oh Tommy. Ja massenweise. Kannst mitgucken. Wo denn? Schnauze Creeper. Hier wo ich sie getötet habe. Ja. Wo. Ich war schon drin. Guck mal. Da. Wo der Zombie gerade ankommt. Peng. Komm ja. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm. 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 Sei fine. Er muss mal knife vision bauen. Hier. So. Da. Shiny rape hier mit Quartz und Blaze. Shiny paper paper. Knapsack. Chattelas. USP. Gold. Desert Eagle. Ne Barrette. Ne komplette Diamond Rosine. Schatz infused. Mit Thorns 3. Und Reading 1 auf den Helden. Das dürfen wir behalten. Ja. Das ist ne Ressource. Desert Eagle haben wir auch. Hinter dir. Ne. Ne. Was ist denn das? Wille. Ach ist das an seiner Skillen? Oh. Nein. Ich bin auch gleich tot. Du hast mich einmal getroffen. Ja echt. Du standst im Weg. Da waren Zombies. Ah. 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 Verdammt. Ne sterben. Jetzt hab ich nur noch neunzeig. Töte es. Vor's Eier liegt. Ein Ninjaskelett. Ein Ninjaskelett. So ich bin weg. Tschüss. Ah. Ich hab mal Sachen von mir. Ich muss selber erstmal. Irgendwo muss die Leute dann noch der Heli sein. Dann wahrscheinlich. Hä? Guck mal die sterben ganz schön. Aber wie sind sie so schnell zu uns gekommen? Ach. 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 Was ist zいい Space please for me. Zu. ared ir. Clash? Wieso? Hast du ihn getötet? Ja, aus versehen. Achso. Guck mal rein. Add. Use. Nutzt wird aber nicht. Lives. Add. wir haben usp poison Und Zombies. Das dürft ihr alles haben. Hubsaufnahme. So. Das ist ein Zombie. Alter, was die alles hatten. Scheinlich hat das mit einem Quarz. Läuft! TNT Pick, was macht die mit einem Diamond? Zombie hinter dir. Doch nicht mehr. Was machen die mit... Warum machen die... Hä? Warum packst du da eine Spitzhack in die Kiste? Oh. Dumm halt. So. Einfach okay schreiben. Einfach mal Messer. Hm. Okay. Das Add... Irgendwie ist das Kommando verpackt. Add... Eins mit einem Zeno. Warum macht er das jetzt nicht? Als... Player Name Amount. Zwei... Add... Ja. Dann sind wir seitdem ca. oder eins. Wannen, Punkt und Punkt. Schnellankiert vor ich mich noch abschließen. Das nicht funzeln, lives add, hqm lives add, eins, add, mach mal ohne add, lives You do not have permission to use this comment, ich bin up, du dummes Ding, hqm 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 h Ach, weißt du was, machen wir es einfacher. Meine Powerfest. Wer hat denn eine Powerfest? Ja, da. Ah, jetzt 26. Gantt, oder? Dankeschön. So, hopp. Jetzt haben die herzliches Siegen gebaut, ey. Guck mal, der immer so, der der Angreifer verliert. Ja, ey, das ist einfach so. Das ist auch standardmäßig hier meistgültig das Spiel so, der Angreifer verliert. Weil defensiv einfach einfacher ist. Wo immer sie acht Stacks kann, Paula, ja, haben. Ja, ja. Ja, guck, okay. Wir haben bestimmt schon eine Blaze-Forder-Farm durch Jill. Durch Sleepy. Oh, ich verwechsel die beiden. Also ich verwechsel sie nicht so schlimm. Sind in der Strongen Box. Dann ist auch noch deiner. Ja, da kann ich nicht gucken. Wow. Ah, du Vollidiot, ey. Du kommst einfach aus dem tollen Geheimeingang raus. Ist auch noch deiner. Dann ist auch noch deiner. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Ja, der hat ein Dropscreen. Ich mag den. So, so, so. So, gleich meine Brüder. Warum sieht man deine Frustung nicht? Weil ich weiß, wenn man sie ausschaltet. Wieder. Wird Schutzzeit zusammengeschrieben? Ja, ne? Oh je, oh je, oh je. Ja, was soll ich jetzt machen? Über sie. Ich habe immerhin schon mal so eine Platte und einen Stiefel. Aber warum sind die anderen so viel weiter? Wahrscheinlich, weil alle drei spielen. Weil Willem viel farbt, dann wahrscheinlich TNT, macht dann das andere und Sleepy macht den Overpower einen Scheiß. Ja, ich brauche einen neuen Hammer. Ich bin gerade beide vor mir. Nimm sicherheitshalber mal eine Barrette raus. Netherrack brauche ich noch für die Tour Rolls und dann mache ich mir mal einen Hammer und gebe mal eine Runde Kupferfarben. Ich schere dich. Ich schere dich. Ich schere dich. Ach so, ich war mir Redstone. Das ist mit Redstone. Was sie? Ach so, ja. Aber nicht durch den Geheimgang gehen, solange die da sind. Das ist ein Geheimgang, der soll auch kein Leib durchgehen. Gar nicht. Nicht zeigen, dass sie euch... Die wissen doch sowieso, die wissen beim alten Geheimgang, wo die Land mussten. Da sollen sie sich beim neuen auch noch lösen. Das ist der Sinn von einem Geheimgang, dass sie nicht wissen, wie die da hinkommen. Ich weiß nicht, wie das ist gespielt. Du hast es fast richtig geschrieben, es wird aber zusammengeschrieben. Ach so, das ist die eine vor Ort, ist hier oben eine? Das ist deins. Einen davon. Oh, sag das. Ein Set davon ist deins, aber das ist noch lange nicht fertig. Deswegen, ich brauche erstmal Kupfer, um das fertig zu machen. Du, ich brauche erstmal Kupfer, um das fertig zu machen. Alter, ich kicke die gleich vom Server. Ach, jetzt. Ich tippe euch. Ha, Blockdamage ist aus. Nicht schießen, das ist unsere Mutti, die da drin ist. Da ist nicht mal Mutti drin. Natürlich. Ach so, stimmt, ist ja unendlich. Na los. Kusch, kusch. Ab in eure Körbchen. Kusch, los. Ach, die haben die schlechten Heli. Ja. Habst du inzwischen auch mal gemerkt, den ich habe es besser? Gemerkt habe ich es nicht, aber sollen sie ruhig denken, dass der noch gut ist. Cool. Ey, du darfst ihn jetzt töten, ne? Hä? Hat ihn TM angegriffen? Buh. Versuch's doch, versuch's doch. Haben die euch angegriffen? Ja. Oh, hab ich getroffen. Das hat ich nicht von ihm erwartet. Ah, hat der Overheat gekriegt? Geile Scheiße. Er ist am Overheat gestorben. Overheat kann man nämlich verrecken dran. Ich weiß. Aha. Häh. Häh. So. Ach, wenn sie es versuchen. Selber schuld. Die sind hier neben die Verrecken. Nicht wir. Ich bin aber auch gestorben. Ja, einmal. Ja, einmal ist einmal. Ja. Wir haben sie mehrmals getötet. Und ich bin nicht einmal gestorben, als ich irgendwie bitter finde. Also, sie ist nicht da, ne? Also, kann ich ihnen nicht haben. Ja. Und dann musst du aber auch drinnen bleiben, bis sie wieder weg sind. Was? Okay. Solange sie nicht da sind, musst du dann rauskommen. Sehr schön. Die sind beide jetzt 100% voll. Das heißt, wir haben zwei Helis sozusagen, die wir nutzen können. Warte. Hatten die irgendwelchen Staff noch dabei jetzt? Anscheinendlich. Also, zumindest haben die irgendwie Thru about oder sowas. Vielleicht haben sie was mitgenommen. Doch. Hast du, du hast mir Schaden gemacht und hast du es so gehabt, bevor ich dir Schaden gemacht habe. Hau an, fest. Piu. 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 Was ist denn das für ein Grab? Oder ist das Willems Grab? Das nehme ich mal mit. Was davon ist jetzt so unglaublich scheiße heiß? Ich brauche Wasser. 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 Äh. Hier unten? Zu spät. Bin zum Glück nicht gestorben. Ja, hast du gestorben. Vielleicht. So, das ist das, das ist das, das ist jetzt unsers. Die 64 Stakes sind auch unsers. Lasst. Ja, nicht mit Manuel und Schuriken eingefallen. So, Explosionspfeile. Und du hast einen Flachsgebessitor. Ist ein, Sleeping Bag ist ein Tool, das ist klar. So, checken. Aber sind Pfeile Tools? Nö. Sind Pfeile Tools? Kann man ja nicht, kann man ja nicht benutzen. Nur was man wirklich am Item an sich benutzen kann. Dann sind jetzt, haben wir jetzt 22 Explosive Arrows mehr. Nö, eigentlich hätten wir ja dennoch die Money behalten können, ne? Die Money an sich ist aber ein Item, ein einzelnes, das man benutzen kann. Also, die zählt als Dingens. Wow, die Pfeile ja auch. Das Uncharted Book nehme ich aber nochmal mit dem Paxe nehmen. Ja, Uncharted Book. Ja, das Uncharted Book, ich meine das eine Uncharted Book, was du jetzt hast. Zack, 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 zack. Was ist das denn? Ne, Eisen, oh Gott. Wie korte ich. Sind die gerade draußen? Sind die gerade bei uns? Sind die gerade bei uns? Ja, wo sonst? Finger weg. Bei einer Fahrtrepost, du scheiß Mistvieh. Jetzt hat es wenigstens mal Sinn gemacht. Schön wegbleiben. Ich sag dir, wenn, ich sag dir, wenn Will dann weg ist. Team Team M scheint schon weg zu sein. Was? Warum? Stupst du nämlich die eigene Fahrzeuge an? Meine Kiste. Guten Appetit. Und diesmal nicht angreifen. Ich bin jetzt mal abhauen. Geht in den Nether. Ich find das so genial, dass die echt zweimal verreckt sind. Ich bin aber auch. Und dass ich das alles auf Aufnahme hab. Das alles ist auf Aufnahme. Ihr könnt das alles sehen. Wie bitter die sind. Erster Angriff. Gar nicht. Zweiter Angriff, nur so halb. Da hat man nur gesehen, wie ich auf einmal angegriffen wurde. Ich konnte auch nichts machen, eigentlich. So. Fokus wurde ja direkt auf mich. Ab. Jetzt. Ich halte die Bobby Power. Was in der Fall? Keine Ahnung. Sind die jetzt weg? Nein. Ich sag, wenn sie weg sind. Na, moin. Moin. Nein. Wir haben euch. Jetzt. Auch. Noch. Ähm. Heli. Stellen. Ja, sonst noch so. Verpiselt. Verpiselt. Aber ich. Null. Bad. Mach so. Mein Name sieht man ja da nicht hin. In der Mann. Und Gast. Der Gast. Traum. Hä? Trollol. Hä? 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 Hey, Finger weg von meinem Heli. Um 12 Uhr nach dürfen wir die theoretisch angreifen. Na los. Los. Ab. Jetzt. 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 Okay. Was ich gerade nicht verstehe ist, was ich gerade nicht verstehe ist, wie schafft es Team TM so. Ah, okay. So schaffen die das hoch. Die schießen. Die fliegen mit der Power Fist. Die hat ja so einen riesen Rückstoß. Und damit kann man sich fortbewegen. Leider hat die aber auch sehr viel Energie. Ich habe eine komplette Power Suit. Und ich schalte jetzt mal den Jump-Bus wieder an. So, sind die jetzt weg? Die sind jetzt weg? Nein, sind sie immer noch nicht. Sie verpissen sich einfach nicht. Sofort! Alter, das nervt bestimmt die Zuschauer. User, left your channel. User, join your channel. Was war denn die? Ihr könnt euch gerne mal verpissen. Folge ist bei mir jetzt eh vorbei. Wenn ihr auch fasst. Warte noch ein paar Sekunden. Wenn ihr das macht. So. Warte noch ein paar Sekunden. Sie sitzen hier im Heli. Zack, zack, zack. TNTM startet. Tschüss. Tschüss. Lernt. Raus. Hört sich so an, als würden sie sich angreifen. Alter, nee. Die Flächen sind nur schlecht wie die Fliegen. Die haben halt kein Vitol. Da kann ich besser fliegen. Warte. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch sind sie in der Nähe. Sind wir mal noch in der Nähe? Ich gehe jetzt mit meinem Vitol da rein. Dann zeige ich dir mal, wie man fliegt. Noch nicht rauskommen. Okay. Darf ich jetzt raus? Nein. Ich sag dir, wenn du raus darfst. Solange die noch in der Nähe sind, darfst du nicht raus. Und die sind noch in der Nähe. Das geht noch als in der Nähe. Erst wenn sie endgültig wegfliegen. Und die sind noch da. Soll ich euch etwa noch Gleitschutz geben? Fragezeichen. Ich halte mal Vitol aus und flieg mal hinterher und guck mal, ob das funktioniert. Ob die wirklich wechselt jetzt. Okay. Du darfst rauskommen. Die sind weich genug weg. Hui. Quasi. Yeah. Sie haben uns ja nicht eingesehen, dass es denn los ist, gegen uns zu kämpfen. Ich meine, man guckt ja einmal so besser aus der Krypte hatten. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft. Da merkt man, wie gut ich bin. Äh, ja. Ich meine, man war immer mitdenkt, dass ich total mehr, viel mehr gemacht habe. Aber ja. Du bist total gut. Du hattest die scheiß Power-Suite. Ja, ich habe die Power-Suite. Deswegen habe ich sie mir auch gebaut, weil ich sonst zu schlecht bin, wenn ich die Power-Suite nicht habe. So, jetzt landen wir wieder. Warst du, hattest Schuhe und Helm, ne? Nein, ich habe eine komplette Power-Suite mitsamt Power-Fist. Nein. Also der Regen war gerade in der Glanz. Achso, ja. Habe ich Schuhe und Dingens. Gut, dann machen wir jetzt auch mal Schluss. Jetzt habt ihr endlich mal einen Kampf gesehen. Okay. Dann lande ich jetzt noch. Shift. Ich liebe VTOL-Flugzeuge. Ich liebe sie ein, weil ich finde sie einfach geil. Die Leute, die nicht fliegen können wie du hier. Die sind einfach sexy. Oha. Ja, das Wort in dem Mund genommen. So. Hier, schenke ich dir. Ey, Pieps-Katze, du. Hier. Ah, 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 ah. Macht Spaß. So, Wolfgang, tschüss. Sehr schön. Wir haben alles. Danke sehr. Gut, also, wir haben alles. Wir haben eine komplette Flachs-Russi. Das heißt, wir müssen die jetzt nur noch mal aufladen. Und, äh, ich muss dringend Kupfer-Farm. Das heißt, das werde ich jetzt auch noch mal tun. Kupfer-Farm. Und dann werden wir mal, wenn wir mal diese Folge, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch zu lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren. Schaut auch mal beim Derby vorbei. Der kann das auch mitgebrauchen. Da seht ihr zwar vielleicht nicht so viel, aber... Hey, der hat ja auch mitgekämpft. Und der hat die besseren Waffen als ich. Boah, ich hab einen Schuss abgeliefert, der daneben ging. Hey, ja, ich hab meine Power-Sit geschossen. Die hat einfach Skill. Ach ja, ich mach dir auch eine. Ich mach dir eine. Ich hab deine Rüstung fertig, du meine nicht. Ja, weil wir ja keinen Kupfer haben. Ja, weil du auch mal meinen gehen kannst. Deswegen tue ich das jetzt aber nicht in der Aufnahme. Wir wurden gerade angegriffen. Ja. Wir ziehen dir einfach mal nur keinen Bock wieder aufs Schweinhalb, weil er einmal verloren hat. Obwohl er overporter ist. Das finde ich so geil. Er hat verloren mit overporter Equip. Okay, jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt weiß der Endgült, dass er schlechter ist. Jetzt weiß der Endgült, dass er schlechter ist als wir. Ich meine, ich hab nicht mal ein gutes Equip. Das ist so bitter. Ich hab ne Power-Suit. Ja, haben können wir. Tschüss, Leute. Guckt bei ihm auch vorbei. Tschüss. Jetzt hab ich schon erwähnt.